Das sind die Games, wo Vellon wirklich Laune machen kann. Du gehst morgen mit uns. Wuhu! BAM, JUNGER! Jetzt hast du dein Ass. What the fuck? Bid, what the fuck? Moment, uh, what the fuck? Das ist aber auch fast wie ein NIEW. So, meine Freunde, vor kurzem hatten wir ja erst den Diamond-Uprank erreicht. Und in den letzten Tagen hatten wir dann im Stream wieder weitere unfassbar spannende Spiele mit zwei etwas gewöhnungsbedürftigeren Mates. Allerdings konnten wir mit unserem positiven Mindset die Runden trotzdem gewinnen und kommen damit Immortal immer näher. Daher gibt es für euch heute wieder etwas Gameplay, wobei ich diesmal zwei Runden zusammengeschnitten habe und mich mehr auf die Highlights fokussiert habe. Daher lasst mich gerne wissen, wie euch das ganz gefällt. Und denkt daran, heute um 15 Uhr startet der 12-Stunden-Stream auf Twitch, bei dem wir versuchen werden, die 5000 Follower zu knacken. Jetzt geht es aber erstmal in die erste Runde auf Ascent. Äh, ist das ein Ding wie? Okay, ein Keller gehört mir. Ich habe fast nicht gekauft. Ja, ich komme einfach mal. Ja, okay. Klaus, glaube ich. Klaus, glaube ich. Slyfer-Legende. Ja, good job, guys. Oh, eine schöne Runde. Darf die rotieren. Sind die immer noch? Ah, der ist schon auf A. Er ist schon auf A. Jungs, pass auf. Okay, what the fuck. CT. Ah. Pass! Bro. Oh, der Reina ist still B. Behind you, be careful. Ah, er ist doch still B. One behind. Der Reina ist B. Oh, ich bin so bad. Oh, ich bin so bad. Oh, nein. Ach, Mann. Der... Nice. Ich habe ihn. Okay, play slow, play slow. What the fuck, Min? What the fuck? Min, 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 min. Sie pushen mich. Brimstone, calm down, please. Ich halte Market für euch. Oh, Mann. WTF? Ach, Brimstone ist doch schon wieder ein richtiger Keck, weh, Mann. Also, ich habe den Brimstone jetzt gemutet. Wenn ihr irgendwelche sinnvollen Calls gibt, geht Bescheid. Schade, keine Ahnung. Again, sauber Drone. They can go online. Something. Lass chillen nur hier. Lass einfach chillen hier. Ich baite, ich baite. Nowhere to run. Ich habe keine Ahnung über dich. Zeit auch. Ja, also. Nein. Oh, die Ult. Schön. Nimm dir die Waffe. Da ist keiner mehr. Okay. Ja, die war oben drauf. Ah, jetzt nicht mehr. 140. Ich spiele wieder Bandle. Oh, Mann. Das ist aber auch... Was? Wer will denn ein schönes Rendern? Das ist schlimm. Wir haben bald wieder Ende des Aktes. Ich glaube, man muss einfach competitive da niederlegen. Wo ist denn da das competitive denken, so ein Spiel? Das ist nicht so viel. Hjett hat kein Dash mehr. Er hat kein Leben mehr. Oh, was? Oh, was? Nice. Hjett hat. Das ist huge gewesen, gerade. Der ist schon noch viel. Ich finde es halt so lustig, wie er eigentlich uns absmockt hiermit. Ja, ja. Der Brumhard hat keine Ahnung von dem Game. So. Ja. Mit. Eher dafür. Ah, schade. Ah, das war lit oder? Das wär auch ein Kreis aus Space gewesen. Sind alle auf Side? And everyone in Heaven. Ach so, ist in Heaven sogar. Oh, du hast vielleicht… Wo in, Goin? Oh, alles… Nice, die ist gut. Einmal in Heaven. Oh, links. Jen. Okay, last one. Under? Under Heaven, left side. Ah… Ruin against Suns. 80. Man. Warum pusht der die denn auch? Lass… Cover mich doch einfach bei Under 4 wusen. Ah… Ich hab Bock auf A und Mittel. Oh, Bro. One left side. Und push B, push B, push B guys. Go, go, go. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt? Push B oder push A? Hey. Sag mal, wie lange hat das eigentlich auf kurz gedauert, Victor? Lass B push, lass B push. Holy shit, Mann. Oh, der hatte noch ne Diegel. Ahhhh… Du hast mir meinen Arsch gerettet mit deiner Flash. Ich weiß, ich weiß. Ich war grad am Nachhinein, oder was? Ich war eigentlich die ganze Trin. Ich denk so, vielleicht jump da hinter mir rum, alter. Deiner Full Flash. Das ist ganz hinter meinem Rücken. Ich hab den extra, wenn ich gefullflasht. Und du so jump. Jett ist extrem hoch. Jett hat zwei Hits auf Guardian. Ich bin nicht zu long. Die muss. Oder sie nimmt sie über Sky. Nee, die war eigentlich in der Full Life. Oh, ich hasse Sky. Danke. Alles gut, ich hab deine Corner. Alles gut. Wow, die Flash war insane. Das play nicht. Wo ist B? Ich komm mal zu dir rüber mit dem Spike. Viktor. Und wir gehen dann B. Spielen am besten. Du hast Flash noch. Ich hab Flash. Ich hab noch Stun. Hä? Was war das denn? Oh, du hast auch noch. Oh, ich hab ein Ulti. Ist huge. Fährt links. Mach's dann. Schön chill noch. Okay. Ja, ich hab Ulti. Der Headshot. Nee, noch nicht. Noch nicht. Jetzt. Hinter der Wand jetzt. Lass safe spielen. Wie du vom Spot. Ich hab eh nur noch 10 HP. Oh, mein Gott. Ach, die Busch dich. Egal. Ich hab keine Zeit. Das ist okay, ja. Fuck. Kann jemand kaputt machen? Perfekt. Sorry. Ey, lass mal Default bitte spielen. Ich halt mit Operator grad. Okay. Okay. Könnt ihr die Mitte ein bisschen anspielen? Nee, ich bin getagged. Ich kenn erstmal kurz gar nix. Also, die wissen, es ist nix B. 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 Revive mich und geh wieder B. Revive mich und geh wieder B. Revive mich und geh wieder B. No, I'm right now. Äh, Jett. Ah, Digga. Ja, okay. Die sind beide B. Wo ist einer? Nice. Ey, du bist so naughty, Digga. Du bist so naughty. Bam, Junge! Jetzt hast du dein Ass. Nice. Da hat sich der Revive doch gelohnt. Hat sich gelohnt, würde ich auch sagen. Also fühlt ihr es jetzt doch auf einmal? Ich fühle es vielleicht doch, ja. Ich fühle die euch gegenseitig. Wolltest du auch mal machen, oder? Wenn du magst. Nice. Oh, der Zoom ist hier, mate. Why do you smoke me? Der Junge versteht nicht, wie man... Der muss mein Guide schauen. Sie kommen, A. Sie geben Link rein. I love that. Bitch. Der hat halt actually jetzt grad den Gegnern gefallen getan. War Glück, dass ich die Rayna da geholt hab. Er wo? Die Tür kann nicht zugemacht werden. Oh, das ist schön. Das ist der Main. Main. Nice! Let's go! Oh! 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 Die haben dich richtig weit zurückfallen lassen. Dreh drum und geh da! Ist du dir sicher? Ja. Hallöchen. Amateur. Die Sage ist hier in Short. Diesen Tree. Die denken immer noch, wir gehen B. Das sind so Trotteln. Ich bin so ein Five-Head in diesem Game. Das ist unnormal. Nee. Ihr zwei hatten es aber auch nicht carried. No. Alles klar, Alter. Ey, schönes Game. Nice. Geiles Game, wirklich. Das erste Game konnten wir also in der Overtime noch für uns entscheiden. Und das, obwohl der Brimstone noch drei Runden schon aufgeben wollte. Und keine Ahnung hatte vom Smoken. Im zweiten Game mussten wir dafür eine Zeit lang nur zu dritt spielen. Beziehungsweise die meiste Zeit sogar nur zu viert. Da wir einen Troll und ein Elf-Came-Spiel hatten. Aber seht selbst, wie das Ganze ausging. Ich kann gerade nicht. Ich sehe nichts. Wand geht runter. Wand geht runter. Okay, okay, okay. Ja, ja. Klaus, Klaus. Oh mein Gott. Und Dorn? Da wo Dorn? Ja, hinter uns ist einer. Hier ist einer. Ja, einer ist hinter uns. Ich habe den hinter uns. Hm? Nice. Letzter Klaus, links? Down. Nice. Danke, danke. Also wir können hier jetzt eigentlich jede Runde A gehen und dann mal B gehen. Weil wir haben so ein starkes Team für den A-Sport, das sollten wir auskosten. Toxins going up. Ja. Klaus ist Marshall. Komm. Komm. Bescheid. Schön. Rechts. Schön. Down. Ist noch eine Cam. Cam down. Ich bin getaggt. Ich bin getaggt. Ich bin getaggt. Okay, einer nur noch. Ich kicke nur in den Schädel dieses Spiel. In den Kopf rein mit dir. Ja. Wir zwei, Tobi, wir machen Rabatz vor A und ihr guys sneakt euch auf B drauf. Viktor, geh mal mit den anderen zwei. Ja, direkt in der Wall. Perfekt. 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 Now go B. Rush B. Sage also low in the middle. Sage is low. Dann geh du über CT. Ich halt die Mitte. Wuhu. Wuhu. Schön. Jetzt läuft's doch. Jetzt läuft's doch. Ich hab behind. Ich hab da behind. Okay, du hast behind. Tobi, wir zwei gehen in die Bull rein. Dann plant mal. Ich hab Guardian von drüber. Nein, 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 nein. Ich hab dich doch, mein Schätzelein. Backstar down. So. Ja, ey, hier. Acebot it is. Let's fucking go, man. Let's go. So sieht's aus. Reyna, Reyna ist, glaube ich, jetzt am Trollen. Jetzt nur ne Sheriff. Reyna, are you trolling? Ja, komm. Lass die, lass die. Die ist gleich wieder am Start. Ja, hier. Nicht schreiben, Tobi. Das ADHS-Kinder reagieren da allergisch drauf. Es steht 6-3 und ich will troon. Ja. You got this Reyna. Boah. 10 Sekunden. Hier, du musst planten. Ja, sorry. Sorry, ich musste die Wette erscholen. Ja, alles gut. Und das ist Backside. Dann zählt ihr. Komm, beide killen. Letzter, komm hinter der Säule. No. Jaaaa. Bolo, Viktor. Let's go. Ich hab's doch gesagt, wir schaffen das auch zu dritt. Schön. Und da planen doch raus. Guck, wir brauchen den Brimston Breach nicht. Einfach positive vibes. Let's go. Es ist auch Glück, dass die Reyna sich doch nicht trollt. Breach zurück, by the way. Actually, oh Breach, welcome back, bro. Welcome back. My electricity shut down. Yeah, shit happens, bro. We won most of the rounds. So, let's go. There come a beer, I guess. Sorry, das war jetzt grad voll in meinem Kopf. Es musste raus. Was ist das? Es musste. Come back, I heal you. Hä? Uh, Breach. Hä? Komm mal zu mir, Jed. Hä? Alter! Tu mit, last, tu mit. Nein, B-Man noch. Oder? Das war wild, ey. Alter, einmal Elbow, einmal hinter diesem Stein. Ich hab mit der Sage grad Karussell gespielt. Oh, einer B-Man. Let's go. Ey, das war grad so wild. Ich hör die Steps. Ich hör den Plant. Und ich lauf und find sie nicht. XA? Ja, ja, ja. Nee, B, B, B. Ah, das waren zu viele. Rainer, help me. Three guys on the side now. Ja. Ja, wir pushen anscheinend zu dritt von Hildnet. Egal, der ist. Er hat schon gelandet. Der war clean. Close, close. Ah. Schön. Last year, last year. Good job. Nice. Report, Jed. Es werden die Gegner nämlich salzig. Wobei, Viper Wall A. Viper Wall hier. Naja, die werden A kommen, die Runde. Die haben keinen Bock mehr auf A, auf B. Kannst du einmal durchflashen? Ähm. Ich bin hinter den, Leute. Lass uns langsam spielen. Einer ist hinter dir rausgegangen aus Hall. Der hat keinen Bock mehr. Die ist saved. Die ist saved. Ne, die ist da. Ne, die ist da. Okay. Ich bin mit dem Operator clash. Die haben wir. Operator, can you take it? Karst, kannst du wirklich das Spray Pattern kontrollieren, wenn du reinzoomst, also wenn du ADS benutzt? Der Vorteil ist ja, wenn du reinzoomst, ist, dass das Crosshair den Spray Pattern wieder spiegelt. Ich, ich, ich kann das nicht beim ADS. Ich kann nicht beim ADS. Wenn du rein scopes, wenn du rein scopes und einfach schießt, wirst du sehen, dass das Crosshair dem Spray folgt. Sehst du das? Ziemlich genau. Ziemlich genau. Ziemlich genau. Und deswegen geht das. Also es geht. Aber ich mach das auch nur ganz selten. Bei Breeze halt relativ oft, aber an sich sonst echt. Kannst nicht direkt die Bolle hochmachen. Ja, mach ich. Von B, by the way. Einer Backside schon. Fuck, 92. E-Main and Backside. Jet already. Backside low. 100 hit. Nice try. Ja, schade. Schade, ey. Play slow, Bridge. Good job. Good job. Now, play slow. Ich will diesen Satz heute nicht mehr hören. Warte. Die haben noch nicht geplanted, ne? Lol, die kommen halt echt zu dir. Boah, das ist so huge. Du hast so ein gutes Timing. Was ist das? War schon zu viel und dann nur mit mir. Schade rein. Ich DO nicht. Ich habe das Päden mit dem Titeln. Aber ich habe das Kiere. Ich habe das Päden mit der Gap. Du bist es jetzt einfach. Damit wären wir also auch schon am Ende. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren für mehr Valorant-Content. Wer mag, darf aber natürlich sich auch gerne gleich zum Stream dazu gesellen. Heute Abend gibt es nämlich wieder coole Events mit einem Valo-Quiz und natürlich auch Giveaways. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Haut rein!